Ganz ehrlich, wir bleiben auch noch ein kleines Minütchen hier und würde gerne eine Runde pökern, wenn das geht. Äh, nicht pökern, eine Runde Blackjack. Okay, Blackjackes werden uns Ehre geben, natürlich. Das ist auch bloß eine Glückssache, aber... Hm, wir gucken mal. Okay, ja, viel Glück. Ja, komm hier. Ah, fuck. Ja, gut, dass ich nur mindestens... Ich will wenigstens einmal gewinnen. Ich will wenigstens einmal gewinnen. Alles klar. Bleibt. Schade, dass man hier nicht erhöhen kann. Schade, schade, schade. Oh, die Summe des Gebers liegt unter 17. Ja, okay. Willst du mich verarschen? Ich hoffe, ich verzockt nicht mehr. Aber gut, wir haben die Chips ja mal sonst gekriegt. Alle guten Dinge sind drei. Kommt schon. Blackjack. Was soll ich sagen? Wow. Hat sich ja voll gar nicht gelohnt. Okay. Nee, komm. Wir wollen nur eine kleine Runde. Ich will auch wieder weitermachen. Ciao. Wir haben ein bisschen was gewonnen. Ich glaube, ich müsste auch viel, viel mehr spielen, um da irgendwelche Herausforderungen oder XP dann zu kriegen. Aber, ach komm. Ich wollte halt einfach bloß mal reinschnuppern. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich... Ah, nee. Majong müssen wir noch spielen. Das kann ich. Ich bin zu doof dazu. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Das müssen wir, glaube ich, noch zocken. Ansonsten so von Kleinigkeiten haben wir jetzt eigentlich... Ja, nicht alles gemacht, aber... Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich weiß gar nicht... Spontan... Ich muss mal außerhalb der Aufnahme gucken. Spontan weiß ich jetzt gar nicht, was uns noch großartig fehlt. Achso, mein... Ah, warte mal. Habe ich auch eine Nebenmission jetzt nochmal eingenommen gehabt? Fertig, fertig. Okay. Gut, die beiden habe ich schon. Oder die drei habe ich schon. Stimmt, das war ja das, was ich sagte, dass wir eine Mission machen müssen. Leider. Also, nicht leider. Aber wenn es ihm aufgezwungen wird, ist das halt immer ein bisschen kacke. Guten Tag. Okay, die sind auf jeden Fall... Naja, nicht wirklich viel stärker, aber die wehren sich halt mehr. Oder verteidigen halt besser. Warte. Ja. Und... Ciao. Entschuldigung, dass ich ihr Auto ein bisschen angeditscht habe. Ich hoffe, das ist okay für sie. Ich hoffe ja immer noch, dass ich ein bisschen Kohle kriege, obwohl ich glaube, durch die Nebenaufträge, die ich machen werde, muss ich mich gar nicht mehr auf die Kohle versteifen, die ich von den Leuten da kriege. Warte. Was ist das? Oh. Okay, gut. Also, meine Droh... Also, wenn ich jetzt zufälligerweise durch sowas durchlatsche oder ich sehe da was aufleuchten, dann werde ich es natürlich mitnehmen, wenn es gerade auf dem Weg ist. Äh... Vielleicht können unsere Drohnen dann doch nochmal aufbessern, weil extra Drohnenflug möchte ich nicht unbedingt machen und extra Rennen möchte ich auch nicht unbedingt machen. Ich würde zwar schon gerne jedes Rennen einmal fliegen und einmal gewinnen, aber wir müssen unsere Drohne dafür, glaube ich, auch wirklich gut aufrüsten und dafür extra mit der Drohne irgendwelche Dächer absuchen, wo ich nicht mal weiß wo. Weiß nicht. Weiß ich nicht. Wäre vielleicht so eine Sache, die ich vielleicht auch privat machen würde, aber dadurch, dass mein Zeitplan jetzt so eng ist... Wo ist denn jetzt mein Kackbüro hier? Äh... Wird das selbst schwierig, überhaupt privat zu spielen. Wird das selbst wie ein Kackbüro hier? Warum sollte ich? Hier. Erstmal voll das Moppet. Wow. Voll das Moppet auf die Fresse gehauen. Auch nicht schlecht. So, der ist auch weg. Ich würde gerade sagen, um den kümmere ich mich später, weil ich wollte es den anderen haben. Den dir mal. Sorry, Junge. Aber was war das denn wieder? Löschen. Einfach nur löschen. Was war das denn? Was war das denn? Wollen wir nach dem? Okay, wäre möglich. Der hat ja gesagt, ich soll das mit unserem Leben beschützen, aber was? Was soll da jetzt so krasses drin sein? Ich will das jetzt wissen. Halt, bin ich schon wieder vorbei. Hä? Äh, hä? Finde ich auch ein bisschen überflüssig, um ehrlich zu sein, aber okay. Wow, ich dachte, jetzt kommt irgendeine epische Sequenz. Und wisst ihr was? Wenn wir gerade schon die Geistes-Sales und so kleine Sachen machen, sollte ein bisschen Flipper spielen. Ja, komm. Ehe eine kleine Runde. Ehe eine kleine Runde. Wenn wir jetzt eh schon am Anfang der Folge Blackjack gespielt haben, letzte Folge auch gepokert. Komm, da ist eine Runde. Dann kann er, dann kann ich... Okay. Da kann ich wenigstens sagen, ich habe alles mal gezeigt. Dann muss ich halt auch mal Jungen spielen und das verkacken. Also, ich sage jetzt schon, ich werde nicht versuchen, super gut zu sein. Ich habe ganze zwei Punkte. Cool. Hallo? Ich wollte mir bloß mal angucken, wie das Flipper ist. Gab es da verschiedene auch jetzt... Nein, das wollte ich nicht. Scheiße. Zumindest, ich weiß gar nicht, ob das Original auf dem Windows-Rechner oder damals war. Multiball. Toll. Da gab es ja verschiedene, wo du echt einen Haufen Sachen hattest, was du aktivieren konntest oder so, wo ich mir auch richtig Mühe gegeben habe. Willst du mich verarschen? Wo ich mir auch richtig Mühe gegeben habe, das hinzukriegen, aber so auch mit einem richtigen Winkel und abwarten und lalala. Aber ganz ehrlich, kann ich das abbrechen? Das Display ist, glaube ich, sehr, sehr lahm. Das ist, ja... Ich habe jetzt auch keinen wirklichen Bock zu flippern, aber ich dachte, das wäre halt ein bisschen anders gemacht, weil die Flipper, die ich damals auf dem Rechner gespielt habe, die waren, glaube ich, nicht Original-Pin, weil es waren vielleicht noch in irgendeinem irgendwelchen ja mal Autoren oder so drin, die haben auf jeden Fall mehr gefetzt, weil ich weiß nicht, was die hatten, die Aufmachung das war oder nicht, aber da habe ich versucht, dann wirklich alles rauszuholen oder bestimmte Bonussachen, wo du halt Bonuspunkte kriegst, irgendwie zu erwischen, die teilweise auch echt schwer waren. Da hattest du, glaube ich, nicht mal irgendwie eine großartige Rangliste oder Weltbestenliste, das hast du einfach bloß für dich gemacht, aber das hat dann, das hat ihn irgendwie in den Bann gezogen, keine Ahnung warum. Vielleicht lag es auch am Alter, ich war relativ jung da noch, wo ich das gezockt habe, aber gerade hier ist es so, ja, ist ein schöner Zeitvertreib, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich dafür jetzt mehr ausruhen konnte mich, aber ich werde noch mal kurze Zeit was tuttern, ich hoffe, dass es nicht wieder so ein komischer Fraß wie letztens, dass wieder Essen da ist, okay, Hühnchen und ich bin nämlich sicher, aber kann das sein, dass die das wirklich so fotografiert haben und hier einfach bloß reingeschoppt haben. Es hängt wieder eine Nachricht dran, mal sehen. Ich habe das Curry selbst probiert und ganz ehrlich, das war der schlimmste Curry, das ich gegessen habe, tut mir leid, dass ich dir das vorgesetzt habe, aber diesmal ist das Essen bestimmt viel leckerer. Ich produziere meinen speziellen Karaga-Hühnchen, das mag doch jeder, oder? Und um es ein wenig aufzupeppen, habe ich Wasabi ins Mehl gemischt. Es gibt dem Ganzen ein gewisses Etwas, wahrscheinlich viel zu scharf. Ich bin sicher, diesmal wird es dir schmücken, also gebt ihr Bescheid. Wasabi im Karage-Hühnchen. Das Problem ist, das hört sich gerade voll lecker an, aber nachher ist das... Ich weiß, was Wasabi ist, aber ich weiß halt nicht, was mit Karage-Hühnchen direkt gemeißelt ist. Ist das bloß planiertes Hühnchen? Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl, aber ich muss es wohl probieren. Vielleicht habe ich auch Glück, das wechsel ich ab. Mal was Beschissenes, mal was Gutes. Ja, mal nett von der Frau. Okay. Das schmeckt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Okay, cool. Ich habe gerade Befürchtungen gehabt. Das Wasabi gibt den ganzen besonderen Biss. Durch die Schärfe erhebt sie sich Wohltun von der Karage-Hühnchen-Variante ab. Boah, okay. Ist wahrscheinlich ein bisschen scharf. Einige Stücke haben viel mehr Wasabi abbekommen als andere. Ich glaube nicht, dass es eine nette Überraschung für die Gäste wäre. Obwohl eher ihrer letzte... Okay, ich muss jetzt... Gut. Ist fast perfekt. Ich mag die Idee dahinter, dass Wasabi ist ungleichmäßig verteilt. Hast du es schon mal selbst probiert? Ich habe dein Karage-Hühnchen gekostet. Was? Okay. Es ist schon fast perfekt. Das ist den richtigen Weg. Sehr schön. Die Stückchen mit genau der richtigen Menge Wasabi war auch richtig lecker. Ich würde dir auch empfehlen, die Gerichte erst selbst zu kostet, bevor du sie immer servierst. Äh, ja, ja, doch Küche sollte man das schon machen. Aber das finde ich gut, dass das so ein kleines Gimmick ist. Die wird halt immer besser und wir werden wahrscheinlich bloß noch zweimal Essen kriegen. Aber das finde ich hier so einen wirklich nice Nebenjob nebenbei. Okay, äh, und ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand, aber es wird auf jeden Fall positiver, sag ich mal, sein. Ähm, ich wollte eigentlich... Ja, das Ding ist... Aufträgen. Wo ist meine Jacke? Meine Lieblingsjacke ist was schon. Sie war in einem Geschenk meines älteren Bruders und mein Ein und Alles. Ich würde mein Leben für sie geben. Bitte finden sie schnellstmöglich. Ich warte im Wald, am Wild Jackson in der Archeia Street. Wenn du auf den Typen mit braunen Haaren, grauer Jacke und roten T-Shirt dürfte ich das sein. 50.000. Das Ding ist, wir haben ja erstmal viel Kohle und ich wüsste jetzt nicht, was ich bräuchte. Aber wir brauchen eh noch Fortschrug im Hauptfall. Und ich brauche Ruf. Also ich kann nicht gleich alles hintereinander wegballern, deswegen würde ich wahrscheinlich erstmal Hauptstory weitermachen, vielleicht ein bisschen mehr Ruf sammeln, dass ich dann vielleicht mal so zwei in einer Folge machen kann. Kommt immer drauf an, wie lange sie sind. Äh, wie viel haben wir denn hier eigentlich noch? Noch eins, zwei, Angestellter. Oh, das ist dann aber wunderlich, ne? Höschendieb? Oh, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn, acht, ne? Zehn, elf, zwölf, häuschen. Okay, es sind nur dreißig, es ist gar nicht mal so viel, die können wir eigentlich alle machen, aber, wie gesagt, Ruf auf Stufe 50. Okay. Stieße nur, stieße 49 Nebenfälle ab. Ich glaube, damit tue ich meinen Ruf ja auch. Wie gesagt, wir werden erstmal ein bisschen weitermachen, das werden wir dann nach und nach machen. Ich weiß nicht genau, wie wir das aufteilen, ich würde da am liebsten gerne erstmal Kapitel irgendwie zu Ende bringen und dann vielleicht viele Nebenmissionen machen. Wir gucken mal. 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 Plus, weil er jetzt da irgendeine Frau oder ältere Frau haben wollte, mehr oder weniger. Na gut, wir gucken mal. Das Ding ist, ich muss sowieso erstmal gucken, was ich, äh, falsche Richtung wieder, was ich, äh, machen kann, um noch mehr, äh, das heißt, noch mehr, hier, lass ich, Nebensachen, so wie Freundschaft und so, die, jetzt mal abgesehen von den Nebenfällen. Weil wir sind ja auch mal wieder zurück, weil wir sollen auch mal wieder zurückgehen. Weil wir sind ja immer wieder zurück, weil wir sind ja immer wieder zurück. Das Ding ist, haben die dann wirklich bloß irgendwelche Sachen zum Heilen oder so, dann ist das eine Sache, wo ich dann nicht wieder zurück muss, aber vielleicht haben die auch irgendwas, wie ich die Freundschaft nochmal weiter erhöhen kann. weiß ich nicht. Das könnte ja auch sein. Dann muss ich auf jeden Fall nochmal hin. So. Ich mach das eigentlich auch bloß, damit ich mich ordentlich mal aufskillen kann. Weil ich hab ja echt alles schon fast verbraucht. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wann welcher... Okay, nee, warte mal. Wir haben ja wieder tausend knapp gekriegt. Was willst du? Wir haben ja tausend knapp wieder gekriegt. Nein. Okay, wir haben ja 3,3. Das Ding ist, am liebsten würde ich das komplett haben. Ich glaub, darauf spare ich auch. Angriffsboosten nicht unbedingt, das wäre auch krass. Aber ich glaub, so komplett Gesundheit wären wir, glaub ich, am wichtigsten. Ich glaub, da werd ich dir jetzt drauf sparen, bevor ich das nächste Mal skille. Ist, glaub ich, für mich das Beste. Ach so, falls dich wer wundert, warum ich bei manchen Sachen die Gedanken, die er hat, jetzt nicht vorlese. Äh, ich hab das ja die ersten paar Folgen so ein bisschen gemacht, aber... Ich weiß nicht genau, weil ich glaube, meine Stimmlage passt auch jetzt nicht so krass zu ihm. Da würde ich da schon gerne, ja, nicht übereinstimmen, aber so ungefähr, weißt du. Außerdem, das sind bloß meistens ganz kurze Sätze. Und das ist für mich halt einfach beim Schneiden auch eine Ersparnis. Eine Zeitersparnis, weil ich nicht genau gucken muss, äh, wo das ist. Klingt vielleicht ein bisschen komisch oder vielleicht auch ein bisschen faul, aber wenn man, wenn man mal bedenkt, dass ich alles separat aufnehme und auch jedes Mal die, äh, zum Beispiel die Soundspur vom Mic immer wieder anpassen muss, warum auch immer. Seitdem ich das rote Ding hab, ist das leider so. Also, es steckt da doch vielleicht ein bisschen mehr Arbeit drin, als nur Start und Stopp zu drücken und dann war es das. So ist es nicht. So war es bei mir auch noch nie gewesen. Einfach aus dem Grund auch, dass ich, wenn ich jetzt mal, ähm, ich hoffe, ich langweile euch damit nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn die Facecam rumspackt oder so, dass ich das trotzdem so halten kann, dass es immer synchron ist. Ich hatte, glaube ich, bisher eine Folge, wo es mal hinten raus asynchron wurde, aber ich glaube, da hab ich es sogar noch mit der Playstation aufgenommen. Also, direkt über die Playstation. Deswegen, seitdem ich das, glaube ich, mit Facecam mache, ist das noch nie vorgekommen. Und das ist halt auch der Grund dafür. Ich könnte es auch anders aufnehmen, dann hätte ich bloß einmal Start und einmal Stopp, aber gut, ich weiß auch gar nicht, warum ich euch das jetzt so krass erzähle. Das war jetzt eigentlich, würde ich bloß sagen, dass ich die Texte, die ihr denkt, nicht extra nochmal vorlesen würde, weil ich glaube, ihr habt noch gute Augen und ihr seid da nicht so vor. Also, wenn ich die Texte habe, ist das, glaube ich. Duration? Und irgendwelche Optionen Sie möchten? Optionen? Genau. Wir beginnen bei der Oberfläche. Für die Duration, wir haben 35 Minuten für 9,000 Yen, 50 Minuten für 13,000 Yen, oder 65 Minuten für 17,000 Yen. Wir machen 65 Minuten. Das ist ein Wettbewerb, Herr. Your sincere enthusiasm warms my heart. Honest. You know what? You can have any girl you want. No request charge. Wow, really? And here, this is a little bonus. The service here isn't half bad. Did you have a specific girl in mind? At the moment, we have Yuna-chan, Maran-chan, and Kanai-chan. I'll go with Kanai-chan. A fine choice, sir. Something wrong, sir? You wanted Kanai-chan, yes? Yep. Kanai-chan it is. Great. Next, you can pick any options you'd like to add. There's quite a few. You can discuss those directly with the girl. What kind of options are we talking? Oh, all kinds. Although, not every girl is open to everything, you know. All you need to know about Kanai-chan is she doesn't do blindfolds. B-blindfolds? Yes, sir. She had a bad experience with them when she was younger. Sorry to hear that. Guess there have been all those murders lately, too. Yes, well, you came here to forget all of that, yes? Anyway, let me show you to your room. Right this way, sir. Okay. Come in. Hamura. Pretty expensive tastes. Sort of out of your price range, huh? Why are you even here? What's going on? Maybe I should be asking you the same question, yeah? Not that I need to. Why are you still looking into the Kyuri murders, Tuck? Keep your eyes to yourself, unless you want to lose them. Are we clear? You don't get to decide what I do. Don't go digging up dirt. Shintani went through a lot of work making those charges go away. You want to keep playing detective, you ought to work out more. Well, I got jumped earlier by four assholes wearing ski masks. Yeah? Yeah? And why should I care? Well, I think maybe you had something to do with it. I'm pretty sure that's the four of them right there. I think you must have my boys confused, right, Kanga? Yeah. No one likes a fucking liar! Kanai-chan quit. Packed her bags and went back home. So stop looking for her. Why? I'm gonna let you off with a yellow card this time. Aber nur weil der Boss so sehr mag dich. Das ist Yagami. Hast du einen Moment? Ja. Du bist okay? Du bist nicht so gut. Ich könnte eine Hand mit dem Kaptein Familie benutzen. Ich würde es sehr empfehlen, wenn du ihn aus meinem Bezug ausfüllen. Ich verstehe. Ich bin nur die Zeit in der Arbeit. Wieso kommen wir? Wir sprechen. Das ist gut.